Es macht auf jeden Fall wieder Laune. Macht auf jeden Fall wieder Laune. Ich hab danach auch nicht mal mehr eine zweite Bullet am Start. Das ist halt das Traurige. Nö. Cool. Das könnte wieder ein sehr langer Stream werden, Kappa. So, wie kommen wir hinten ran? Gar nicht. Sehr gut. Wird retten. Okay, Vierer Multi haben wir am Start. Auf jetzt, komm. Multi mitgenommen. Oh, schöner Tumble. Schöner Tumble 112 für den. Okay, vielleicht macht das auch einfach mal fort. Die uns auf Art Stack. Auf geht's. Nächster Multi, komm. Weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Come on. Was, die Grüsel? Ah, nein. Das ist unser Multi. Oh, nee. Oh, come on. Weiter geht's. Wir haben siebener Multi Connector. 448. Okay, und weiter geht's. Ich glaube, das ist mein bester Boden. Oh, mein Gott. Grün, bitte vorne. Bitte grün. Okay, weiter geht's. Er tumble weiter. Komm schon. Weiter tumble. Und noch weiter tumble. Come on. Okay, noch mal ein Huni oben drauf. Okay. Weiter geht's. Wir haben noch 4 Spins. Haben wir noch 700 bezahlt. Ja, weiter geht's. Connecte. Und weiter connecten. 10 auf 2. 10 auf 2 geht. 9 auf 3. So geht's auch. 10 auf 2. Come on. Das kann kaum schwierig. Ey, okay. Noch ein Huni oben drauf. Alright. Wir haben immer noch 3 Spins. Komm schon. 11er Multi. Jetzt einmal Premium durchconnecten. Wir nehmen wieder den Multi mit. J oder Queen. Ja, Queen in der Mitte. King auf 1 und 3 wäre stark. King auf 1 und 3. Oh, und ein Re-Trigger. Ich habe es gar nicht gesehen. Okay. Okay. 5 Spins nochmal. Okay, wir haben 7 Spins. Ey, mal Bullet. Grüß dich. Jetzt connecten. Einfach connecten. Come on. Wir connecten. Sehr gut. Weiter tumbling irgendwie. Sehr stark. Grüner Kopf auf 2. So selten. Das ist ja Premium-Connect mit, ne? Auf geht's. 51 da. Für 15er Multi. Das ist halt wirklich strong. Keine Daddies, bitte. Nein, keine Daddies, Bins. Aktivieren den Multi nicht. Wir brauchen hier die 9. Sehr stark. Okay, und weiter. Nur 72 nochmal. Ey, wir haben 16er Multi. Zwei Spins aber leider nur noch. Weiter connecten. Schade. 42 nochmal. Okay, 1000er steht. Letzter Spin. Pardon, Dead Spin. Aber krass. Sehr, sehr stark. 1017, 31. Sehr, sehr gut. Gut, dieses Spiel. Ey, das war der erste. Ich glaube, so einen guten Bonus habe ich hier noch nie gehabt. Wirklich. Und er hat einmal Premium connected. Ne? Und er hat mir den 50er Tammel. Das ist sehr, sehr wild gewesen. Okay, der lässt die Balance auf jeden Fall ein bisschen anders schon mal aussehen. Untertitelung.